Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sprinten mal 225 Meter in diese Richtung, um zur Nähe-Mission zu kommen. Okay, da muss ich einschreien. Klar, gerne doch. Da ist ein Officer. Ich glaub's. Schließlich haben die hier Leute verprügelt. Und das weiss ich nicht gut. Das Spiel läuft zwar mittlerweile ziemlich gut und wirklich mega mit der höchsten Auflösung. Aber 2K und 4 Mods und so weiter. Aber manchmal hat's doch mal ein kleiner Ruckler dazwischen, hab ich gemerkt. Aber wenn's nur ein, zweimal ist irgendwie Procession, dann kann ich damit leben. Leiche. Lebenszeichen keine. Todesursache unbekannt. Identität keine Aufzeichnung gefunden. Warnung. Mordverdacht. Verlasse das Gebiet, damit du nicht verdächtigt wirst. Warnung. Skippy? What the fuck? Wirklich wie? Tch. Skippy? Seriously? Increasing volume by 66%. Name? I'm not deaf. Understood. Hearing within norm. Possible issue, low IQ. Reducing speech rate by 33%. Was ist das? Was ist das? Oh Mann What the hell? Das ist gut! What the hell? What are you doing? I'm making the wait more pleasant with a soothing melody. Test successfully completed. The program Skippy version 0.01 alpha is running correctly. Okay, nice. Alright. So what can you do besides talk my ear off? Primary feature automated targeting. In case of critical threat to user, autonomous shooting capabilities. Please choose one of two operating modes. First mode, puppy loving pacifist. I will aim at the enemies lower extremities. Second mode, stone cold killer. I will aim exclusively at the head. SK der Killer bitte. Kätzchen liebender pacifist. Klingt duftbar. Woah. Kopfschüsse oder Beine. Beine sind eigentlich gut, wenn das hier was bringt. Ich weiss gar nicht. Ähm. Well. Guess I'll go with puppy loving pacifist. Adjusting settings. Bum, bum, bidum, bum, 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 bum. Hehehe. What the hell. Schade um den Typen hier, aber keine Ahnung wer der Typ ist. Kann ich die Waffe anschauen? Skippy. Smart Pistole. Okay, eine Smart Pistole. Können wir im Moment nicht gebrauchen? Eigentlich schade. Die hätte mich jetzt noch interessiert. Muss ich vielleicht mal irgendwie austesten oder so. Bum, bum, bidum. Bum, bum, bum. Die Waffe ist ziemlich doof, ehrlich gesagt. Sieht zwar gut ab, also stark, aber doof. Schaden 19, 9, 45. Testen wir die mal aus. Schon wieder ein Charakteraufstieg. Da würde ich... Das hier mal nehmen. Ups. Und hier auch mal noch kurz schauen. Katzenpfoten. Schadenminderung. Bewegungstempo und Schüsse auf Schadensminderung. Killer Instinkt. Schadensminderung. Schadensminderung. Bundes換ensminderung. Drin EU und SAB. Schadekampft. Schadekampft. Schadekampft Mit schadensmindermção. Schadekampft. Heisst. Schadekampft. Waffengeschäft, NCPT-Übergang im Falle. Könnten wir eigentlich alles gerade noch machen? Steem ist ja mit Kirk. Komm, why not. 150 Meter. Ziemlich nah, von daher, let's go. Ich glaube die eine Mod hat ein bisschen den Verkehr lahm gelegt, dass mehr Verkehr herrscht. Sieht nicht so gut aus. Vielleicht nehme ich die wieder raus, mal schauen. Okay, eindeutig paar Dinos hier. Das ist die Möglichkeit, die Familie und meine Arbeit zu retten. Das war's für heute. Die Waffe ist schon leer, die andere. Die Waffe ist noch nice, die Schrottwinter. Der Hund hat einen richtig fetten Rückstoss. Schon wieder eine Fertigkeit. Nice, Streetcrap. Level 16 schon. Bidi Bidi. 1C Bidi. Nice, alle drei Sachen. Sehr gut. Das bringt uns wieder was. Das bringt uns wieder was. Kaboom! Soja, Silma, Chistador! An Explosion of taste! Wieso hat der Name? Cardinal Geislehrer. Irgendwas hat der, weiß ich, aber das kann ich nicht mitnehmen. Die haben noch schöne Waffen dabei. So für die Gold ist. Ich glaube, ich glaube, das war's mit dem Staff zu mitnehmen. Archiviertes Gespräch mit Gloria und Daniel. Wir wissen, wer Gustavo verpfiffen hat. Raul Franco. Äh, wer? Ein Typ mit einem Burrito Truck. Gustavo wollte sich da was bestellen und der Ficker hat dann die 6th Street angerufen. Bin auf dem Weg. Dem Gong fritiere ich den Schädel. Hehehe, viel Spass! Ich glaube, Garnell Geislehrer. Er hat noch irgendwas dabei. Lass es mich mitnehmen, bitte. Okay, dann nicht. Okay, ich könnte noch ein paar Dinge hacken, einfach so. Damit ich ein paar... XP erhalte. Gib mir den Scheiß, Mann! Ja, dann halt nicht. Ja, das ist der, der hier noch angezeigt wird. Schade. Valentinus, Gangmitglied. Die machen aber nichts. Dann nehme ich das hier noch mit. Vielleicht auch noch das hier. Einfach so ein bisschen aufzuräumen. Ich weiß zwar gar nicht, ob die... Sachen respawnen oder ob das... Einmalige Dinge sind. Wenn man die Stadt wirklich säubern kann, so gesehen. Coach Fred interessiert mich grad nicht, sorry. Ich hinterfrag das mal nicht. Gibt's hier was Spannendes? Nee. Boah, sieht das nice aus jetzt mit RTX on und so weiter. Alter. Der ganze Boden beleuchtet sich. Alter, das sieht so viel besser aus. So besser gesagt, die ganze Strasse sogar. Sieht mega nice aus. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen was grösseres. Von daher würde ich sagen, war's das für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Samurai We have a city to burn We have a city to burn We have a city to burn